Ja, hier bei mir ist jetzt Tobias Siegler, Produktmanager bei Linde Material Handling. Tobias, wir haben vor kurzem ja einen neuen Stabler auf den Markt gebracht. Warum eigentlich? Naja, die Anforderungen an unsere Produkte werden immer höher. Unsere Kunden möchten Fahrzeuge, die immer sparsamer, aber auch immer effizienter werden, um immer mehr Waren in kürzester Zeit umschlagen zu können. Und dafür haben wir jetzt die Antwort. Wir sprechen hier über die neuen Diesel- und Gassabler H20 bis H35. Was sind denn die Hauptmerkmale? Vor allem Robustheit. Wir verwenden bei dieser Baureihe den robusten Industriemotor von Deutz, der die Abgasgesetzgebungsstufe Euro 5 weit unterschreitet und natürlich die originale Linde Hydrostatic, was den ganzen Stabler zum perfekten Arbeitsgerät macht. Gut, das Ganze muss man ja auch erstmal bedienen können. Ohne den Fahrer läuft ja nichts. Genau. Der Fahrer steht bei uns im Mittelpunkt. Wir konstruieren unsere Stabler immer um den Fahrer herum. Heißt konkret? Das fängt schon beim Fahrerarbeitsplatz an. Wir haben altbewährtes wie die Linde Load Control, die ein feinfühliges Arbeiten ermöglicht. Natürlich viele ergonomische Sitzvarianten. Aber das Entscheidende an diesem Fahrzeug ist die Fahrerkabine. Die Fahrerkabine ist viel größer geworden, hat einen hohen Glasanteil, das das Raumgefühl für den Fahrer noch größer macht. Du hast einfach die beste Rundumsicht, die du dir in einem Stabler vorstellen kannst. Das heißt ja auch mehr Sicherheit. Ja, genau. Mit einer besseren Übersicht kann der Fahrer Gefahren früher erkennen und viel besser darauf reagieren. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Kunden erwarten sparsamere Stabler. Wie sieht es denn aus mit der Wirtschaftlichkeit? Erstmal haben wir den niedrigsten Energieverbrauch, bei gleichzeitig höchster Umschlagsleistung. Zum Thema Servicekosten. Wir verbauen viele wartungsfreie Komponenten. Wie zum Beispiel beim Motor. Der hat keinen Zahnriemen mehr, also muss dieser auch nicht mehr getauscht werden. Wow, da würde ich mal sagen, it's a Linde. Genau dafür sind wir ja bekannt. Aber eine Sache haben wir uns noch für den Schluss aufgehoben. Tobias? Ja, genau. Das Fahrzeug ist der erste Stabler, der serienmässig vernetzt und voll digitalisiert ist. Das heißt, der Stabler ist bereit für die Zukunft. Man kann ihn problemlos in die bestehenden Flottenmanagementsysteme einbinden. Das sorgt für volle Transparenz über die gesamte Flotte. Eine bessere Wartungsplanung führt zu weniger Reparaturen und letztlich erhöht es die Verfügbarkeit des Fahrzeugs. Okay, das heißt, Linde Material Handling hat mal wieder einen Standard gesetzt, oder? Ja, absolut. Dank dir, Tobias. Und vielen Dank fürs Zuschauen.